Hallo und herzlich willkommen bei OpenMind. Mein Name ist Claudio Jorio und mein Name ist Rico Müller. In den Webinaren zum Thema Automatisierung haben wir Ihnen beispielhaft gezeigt, wie Sie von einer gut strukturierten Makrodatenbank profitieren können. Und daher, meine Damen und Herren, möchten wir an der Stelle ansetzen, wo Automatisierung beginnt. Am 15. April zeigen wir Ihnen mit Hilfe unserer Technologie, wie Sie zu so einer Makrodatenbank gelangen. Diese essentielle Basisarbeit ist nicht nur für einen Automatisierer von Bedeutung, sondern kann für jeden Hyper-Mail-Anwender essentiell wichtig sein. Rico, was erwartet uns konkret am 15. April? Ja, Claudio, zunächst einmal erwartet uns ein Gast. Wir haben uns nämlich den Holger Max eingeladen, der das Thema etwas näher beschreiben wird. Wir werden aber auch beispielhaft auf die Datenbanktechnologie eingehen und wir werden sogar einen Blick ins virtuellen Tool werfen. Also, meine Damen und Herren, spannender kann es nicht werden. Und auch diesmal haben wir eine entsprechende Aktion am Webinar-Ende geplant und freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme am 15. April.